Wie heißt der Song, den du heute performst? Weiß ich gar nicht. Fledermäuse. Wann war es das letzte Mal, dass du so mit einer Band mal gespielt hast? Lange her, Alter. Über lange her. Ja, das muss ich überlegen. 2019. Oh krass. Doch, 2019. Bei meiner Produktion habe ich immer so Hands-on. Da habe ich immer alles unter Kontrolle. Und jetzt muss ich mich überraschen lassen, wie die Boys das einstudiert haben. Und wie sie es interpretieren, wie sie es umsetzen. Hallo. Stark. Wie war fett? Wie findest du es? Überfett. Seit lange nicht mehr so. Du hast sowas gesehen, so ein Aufbau, ne? Ich würde nicht vergessen, wie das geht hier, Alter. Noch höre ich noch nichts? So ein bisschen jetzt? Genau. Ah, geil, okay. Geil. Geil. Hallo. Ich höre dich. Sehr gut. Also folgendes. Wir sagen, wir spielen jetzt mal einfach eine Version. Ja? Spielen sie jetzt irgendwie mal. Und dann schnacken wir mal drüber. Ich sing mit. Du singst mit? Und dann gucken wir, was gut funktioniert, was nicht funktioniert. Ja. 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 Gentlemen. First take. Das ist er schon. Bis auf der Arbeit. Doch bis um fünf. Und ich will nichts mehr erwarten. Weiß auf den Nägeln. Wie ein kleines Kind. Vor mich auf dich unser Tag. Schönes Ding. Hast du denn Wünsche? Na, wie gesagt. Erstmal würde ich gerne schneller so. Zwei, drei. BPM. Wie viel ist jetzt? Es ist 128. Ja. 133 ist original. Er wird nicht schwieriger zu singen, wenn er schneller ist. Aber ich bin dann besser drinne, wenn es so funky ist. Und 133 ist für mich so im Studio. Ich habe es auch. Meine Ursprungsversion war auch 128. Und da habe ich immer gemerkt, es ist irgendwie funzt es nicht. Es kommen wir nicht rein. Und deswegen 133 ist es so. Da kann ich so schön. Muss ich die ganze Zeit hier stehen? Ah, was der Leo zu sagen hat. Von außen. Ah. Weniger. Weniger. Weniger Gesang. Weniger Gesang. Weniger Gesang. Das war toll, oder? Ja? Ja, genau. Und ich finde, wenn das Ende noch kommt, noch mal reinkommt, dann können ruhig auch eine Kick und ein Becken auf der... Ist nämlich gerade glaube ich nicht, oder? Ganz am Schluss. Ganz am Schluss, wenn es wieder rein... Wenn quasi... Und dann rein... Und dann rein... Ja? 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 Voll geil, dass ihr den Song so schön interpretiert. Und die auch. Voll schön, Alter. Macht jetzt schon Spaß, so. Einfach mal wieder in so einer Session zu sein und Mucke zu machen. Ja? Die Performance war mega. Magic. Die Boys haben's krass abgerissen. Und es ist immer schön, seinen Song von jemand anders interpretiert zu hören. Ein starkes Block. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.